Mein Schreiben an Russland war, dass mir der Eiskunstläufer gefällt, der auch so gezeigt hat wie Michael Jackson und selber Kinder hat. Die Namen kann ich auch schreiben, es war gerade ein Falschfahrer. Ein Falschfahrer auf der Art und Weise ein Gegenverkehr. Verkehr im Sex oder Verkehr sonst irgendwo. Das war das Nächste. Eine Zeit Akademie ergab sich als Bettler aus. Was nachher auch Meg und Sandra tat, um mir aus der Patsche zu helfen. Das ist das Nächste. Ich wollte den finden, die Grundlage. Der Joachim tat mir schwul. Wo haben wir gestritten oder geschlagen oder sonst irgendwas? Sein Vater sah sehr aus wie Helmut Marquardt. Und wie gesagt, im Bett bin ich gerade nicht der Hit. Ich wollte Michael Jackson an seinen letzten Hit erinnern. Er war im Gefängnis offiziell morgens in Oscarverleihung. Es war der erste schwarze Präsident 1944. Es war schon Ronald Reagan, der Schauspieler auf Zurück in die Zukunft. Es ist morgen 6.09 Uhr. Wie oft muss ich noch spazieren fahren? Weil hier wird mitgeredet, zwischen Schlagen und Schlagen gibt es einen Unterschied. Ich schlief nämlich mit meinem Kind im Bett. Aber ich machte keinen Sex im Bett oder es zählt Stillen zu Sex im Bett. Anderthalb Jahre stülte ich, weil ich mich gleich wieder scheiden ist. Das sollte den Joachim ärgern. Du musst mich nicht heiraten, weil ich schwanger bin. Ich will einen Mann, der mich möchte. Das ist mal das Nächste. Das Zweite ist mit dem Kiffen. Die machen die beste Musik. Seitdem werde ich nicht nur vergewaltigt, sind Pockets. Und der Geldbeutel akkurat auf und zu machen, sieht man bei mir die ganze Zeit. Oder wie ein Buch aufschlagen. Der Herr und Meister ist nicht hier. Dabei hätte er sich bestimmt gefreut auf Wiederhören. Reitet immer noch so, als wäre es normal. Ich singe an Blatt. Ich habe mir Gitarrenheft geholt aus der Bücherei. Es ist so schwer zum Spielen. Und mein Singen muss man halt dann so verstellen wie bei Nena. Der ist nur turning back. Kriegsminister gibt es nicht mehr. Fünf Minuten war das geschrieben beim Oliver Geissen. So lange sitze ich hier. Und auf Fasching gehe ich schon lange nicht mehr. Ja, Sylvia Körn im Schlafanzug. Wie im Gefängnis werde ich hier gehalten mit dem Mond. Und ja, die Auferstehung. Hey, Edith, kommt wieder dein erster Mann. Oder nimmst du den oder den. Oder den oder den. Annette genauso hat einen Mann, der Wolfgang heißt. Dann ist es Wolfgang Moosbach. Wolfgang Köger. Es gibt so viele Leute. Wolfgang Schweigert, die auch so heißen. Und wie gesagt, diese Bilder. Lukas sollte... Oh, ich habe halt keinen Nikolaus geholt. Der Einschüchter, das nützt glaube ich auch nichts mehr, weil das war schon Baker. Ach so, ich gehe mal wieder die Treppen hoch. Gehe nach oben mal. Ich laufe hier stolpern. Wer stolperte denn die Treppe hoch? Jetzt gehe ich schon wieder hoch. Die Treppen sind, wie gesagt, ich habe die Kraft nicht dazu. Das Haus hat sich ein bisschen verzogen. Frau, wegen Trampolinspringen würde ich jetzt nicht mehr oben machen. Und so sieht es von oben aus. Gell? Weil es würden Tiere reinklickt. Weil es sind Animals, es sind auch keine Animals. So sieht es morgens aus. Jetzt ist meine Vollladung. Ach so. Licht an, Licht aus. Ist bei Rosenkrieg. Geil? Ist Michael Douglas mit weißen Haaren. Das hatten wir nämlich im Silcherweg auch. Die Parallel sind zum Film sehr ähnlich. Simpli-Vertis 96. AOK. Ortskrankenkasse. Und hier. Die. Was machen die auf dem Dach? Geil? Wird ständig mitgeleitet. Und ein Objekt. Jetzt laufe ich original nach oben. Guten Morgen. Und da ist das Objekt. Ja. Hier sind Enten. Was war da auf dem Dach? Hier ist das Objekt. Ich gehe wieder runter. Original. Gell? Ach so, gell. Ach Lukas. Sie machen gleich eine Therapie mit, gell. Ich möchte lieber Werbeverträge. Weil es sind die Kiss-Filme. Kiss und Küsse. Den gibt es ja auch noch im Posten. Das waren meine ersten Platten, die ich mir gekauft habe. Und I was made for love news. Hat sich einer erhängt damals. Mein Abschlussbrief. Ich habe was gemacht. Das ist mein Assistent. Das ist nämlich der Computer, den es da noch nicht gab. Und hier ist der Radio. Jetzt machen wir Fernseher an. Ich schrieb an Nestle. Wegen der GEZ-Gebühr. Tja. Nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten des Österreich. Jetzt gucken wir mal, ob es heute Morgen SWR3, wie sie welches Radio auch kommt. Das ZDF ist nämlich jetzt da. Und dann ist es 62. Dann zappen wir durch. Stoppt westens an Miva. Tischen durch das Video. Hey, wo ist es jetzt SWR3? Hey. Hey, wo ist es jetzt? Vorführeffekt. Zappen. 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 Da ist es. Es kommt heute nicht. Es kommt heute dieses Programm. 11.3. Und sie redet im Echo. Ausmachen. Ach so, wir können ja auch noch NTV reinmachen. Moment. Live-Verführung. Live. Ohne zum Bremsen. Es war eine Teletextarbeitung. Die redet immer mit. NTV ist jetzt auf 111. Wer moderiert heute? Oh, und die Tätowierung. Sieht man das? 6.14. Also wie geschrift. Ich schrieb an die Botschaft auch nach Russland. Ziemlich verliebtes Brief. Wie lange dauert es, dass man das Chaos wieder zurücknimmt? Ein vernünftiger Mann. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Und wer moderiert, dürfen Sie jetzt erraten. Ja?